jo leute willkommen zurück zu hashtag fragkleinewo diesmal die frage welche td spiele magst du so beziehungsweise hast du schon mal gespielt zur sicherheit tower defense ist td damit also damit ist td gemeint tower defense ihr wisst was ich meine ja auf dem kanal habe ich logischerweise btd5 ansonsten kann man einfach einmal auf eine wunderschöne seite gehen das ist armor games und die haben eine ganze sparte nur mit tower defense games da ist auch bestbewertet btd5 also da habe ich glaube ich so gut wie alle popular tower defense games mal ausprobiert sowas wie kingdom rush kingdom rush frontiers gemcraft gemcraft labyrinth the king of towers wobei da bin ich mir nicht sicher bei king of towers bin ich mir nicht sicher aber bei den ersten vier bin ich mir sicher und so die wirklich wirklich alten da habe ich eigentlich so gut wie alles mal durchgespielt also hauptsächlich flash games halt sind das ja auch meistens dann halt dungeon defenders 2 habe ich ja eine ganz 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 lange zeit gespielt bis es dann scheiße wurde fragt mich nicht wieso man das so um ändern musste aber naja okay und ansonsten also ich spiele gerne td spiele aber so dass ich jetzt sagen würde das ist mein hauptgenre ist es ist es nicht das muss man sagen also ist nicht mein hauptgenre aber ich habe schon das ein oder andere da gespielt definitiv definitiv weil es weil es halt auch cool ist hier creeper world das ist auch cool das ist ein super cooles spiel es wird komplett durch aber ist cool man spielt ich glaube eine alien also die story dahinter habe ich nicht so ganz verstanden das ist eine alien rasse die irgendwie die welt übernehmen will und keine ahnung irgendwie gegen wasser kämpfen muss weil das wasser tötet die und man baut sich im endeffekt so ein versorgungsnetzwerk aus von der zentrale aus es ist super cool das muss ich auch mal im flash check ich glaube ich spiele gleich flash check und dann creeper world okay gut nee aber das sind so die also bei armor games glaube ich so hoch und runter alles was was es da so gibt größtenteils ich kann mir gerne mal vorschläge schreiben was was cool ist oder was für coole flash games beziehungsweise tower defense games es gibt und ansonsten danke fürs zuhören wenn eine frage habt und dann in die kommentare frage hashtag frag kleine evo und dann dahinter die frage stellen und dann finde ich das auch Leute aus rein bis zum nächsten mal